ein herzliches willkommen zurück zu brothers a tale of two sons es flüstert hier irgendwas und es ist irgendwie schwummerig ich weiß nicht was das ist kann ich hier irgendwas machen ein bisserl unheimlich nur ein bisschen wo bin ich hier ist das was normales wasser ist das oh also das rechts oh bist du ist die mama ein bisschen unheimlich okay ich muss irgendwas jetzt mal machen aber was den bruder kann ich nicht bewegen den älteren also wir gehen mal hier hin was ist das hier irgendwie an den fingern was an der nase ziehen an der nase kann ich nicht warum ist der google jetzt plötzlich nicht wahr oha was ist denn jetzt los alter naja nur ein traum okay dann mal weiter ah das spiel gefällt mir ist wirklich cool noch besser als gedacht auch wenn die steuerung nicht naja aber lass es du es nicht ja ich weiß nicht was ich machen soll ach hier hochklettern vielleicht halt ja 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 sehr gut das ist denn mein freund das ist wahrscheinlich seine familie ja ich weiß jetzt nicht was ich machen soll guck mal kann ich hier irgendwie rein oh hier kann ich runter oder hier runter oder mal so rum ja ich kann hier runter ach der kleine ist nicht da was haben wir hier ich wollte eigentlich oben noch schnell schauen aber ich bin aus Versehen wieder den richtigen wie glaube ich gelaufen oh ne klettern wieder oh no ok kein problem nimm sie jetzt inzwischen drauf ja glaube ich hoch mit dir oh was ist jetzt passiert wie kleiner man jetzt du auch kein problem super was sind das hier für eine ach dann wird er wird er wieder fröhlich vielleicht mit das bringen komm hier ach shit guck mal was ich hier für dich hab wo bin das ah Spiegel schon traurig schon traurig fragt man ihn mal kannst du mir sagen wo wir lang müssen ok wir haben ihm jetzt irgendwie geholfen aber mehr nicht ne ja was ja auch schön ist machen wir weiter ähm also ich kann nicht hier was machen logischerweise also dann ziehen wir mal gucken ok 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 du halt fürs Aber ich mach noch mal den hier. Ich versteh's nicht so ganz, aber es ist ja egal. Alter. Okay. Ah, ich versteh. Okay, so. Dann kann ich hier diesen Dings machen. Eine Runde am anderen Hebel ziehen. Oder kurbeln. Ah, so. Und hakt ein und kommt rüber. Cooles Rätsel. Ach, ich mag die Rätsel. Sie sind schon lösbar alle. Nicht allzu schwer. Finde ich. Warte, ich muss den Großen weiter vorschicken. Ach, jetzt geht das wieder los. Ich muss den Kleinen immer rechts laufen lassen. Das kann ich besser. Oh, wieder. Was zum Chillen. Jetzt darfst du mal chillen. Was ist das? Was ist das? Ein Turm? Statuen. Nochmal hinten. Ein Turm. Okay, dann gucken wir mal. Warte. Warte, 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 warte. So. Oh. Boah. Oh, komm. Warte, 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 warte. Der erste große Niederhut. Oh, gut. Es ist schon ziemlich hoch. Kennt ihr das bei manchen Computerspielen? Das ist jetzt zum Glück hier nicht der Fall. Da hat man so ein komisches Magengefühl. Ist es ein Squid oder so, wenn du ganz oben stehst? Aber das ist doch kein Baum. Oh, auch wieder so hoch. Okay, weiter. Hier geht's wahrscheinlich nicht lang, oder? Was? Ja, ja, wir gehen mal da hin. Berg ziehen. Hallo? Ja, wie geil. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ich will da auch drauf. Oh Gott. Jetzt wird's übel. Mit der Steuerung. Jetzt werde ich abkacken, glaube ich. Ich, sauwitzig. Okay, los geht's. So lustig. Okay. Warte auf ihn. Mein Glück könnte nicht selbstständig runterfallen. Das hat Spaß gemacht. Hallo, wie schon? Oh. Tschüss. Sehe ich hier irgendwo noch das Gebäude? Oh, ich bin schon dort. Guck mal. Ging fix. Wer bist du denn? Hallo? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, aber ich heb's mal auf, ja? Guck mal auf deinen Bruder. Hä? Da oben muss es hin. Aber wie, wie kann ich springen? Warte mal, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier? So. Hä? Wie, wie, wie? Also, ich muss das Rad irgendwie rüberkriegen. Vielleicht, wenn ich die äh, lasse ich gegenüberstellen oder so. Probier ich es mal. So. Gibt es auf? Ja, so ähnlich. Der Große nimmt es wieder auf, weil es schwer ist. Okay, nicht schwer. Gucken wir mal die Mühle mit dem... Gucken wir mal die Mühle mit dem... Muss ich wahrscheinlich wieder rüberwerfen. Er hat da ganz schön Kraft, so ein Eisendingen da rüber zu werfen. Ist nicht schlecht. Okay, dann gucken wir mal. So. Dann. Können wir da gleich kurbeln. Oh nein, das ist wieder so ein langsam Action-Ding. Das muss doch irgendwie schneller gehen. Ich seh nicht, was sich bewegt. Achso, er doch. Er geht nach oben. Das ist so wie beim... Bei der ersten Folge. Diese Drecksgrubel lässt sich irgendwie nicht schneller gehen. Ich weiß aber nicht, warum. Ich drück hier wie so ein Weltmeister. Müssen wir Geduld haben. Ich seh schon, ich kann fliegen gleich. Das wird geil. Drück und drück. Ah. Das geht nicht. Aber ich hab halt auch Angst, wenn ich jetzt irgendwie loslasse und was anderes probiere, dass der wieder komplett nach unten rutscht. Und da hab ich halt auch keinen Bock. Das muss doch irgendwie... Das muss doch irgendwie... erscheint irgendwie ein Erfinder zu sein, ne? Die Hälfte müsste geschafft sein. Mehrere Zahnbäder da. Kann jetzt auf jeden Fall zu seinem Haus. Das sind Blumentöpfe. Vielleicht kann ich auch was mit diesen Blumentöpfen noch machen. Warum war diese Plattform unten? Macht das Sinn? Eigentlich nicht so, gell. So, nur noch ein Viertel. Gleich geschafft. Ich bin mal gespannt, wie dieses Fluggerät ist. Wahrscheinlich muss ich da zu diesen Säulendings hinfliegen. So, wir sind gleich oben. Und, gefällt's dir? Also, geht doch. Geschafft endlich. Das ist vielleicht doch nicht so einfach. Können wir das machen? Nee, kann nichts mit dem Blumentöpfen machen. Sind wir hier oben? Das ist mal hoch. Ach, schon wieder Kugel. Was? Wir drehen einfach mal. Wir müssen Rollentauf machen, glaube ich. Der andere Stärke ist. Ah, ich habe ein bisschen gemacht. Okay, ich habe jetzt Musik gemacht. Er ist jetzt glücklich. Hallo? Ach, falsch. Kann mir, glaube ich, die Einverständniserklärung geben, dass wir da jetzt fliegen dürfen. Schauen wir doch gleich mal ruhig. Das ist ja cool. Ja. Also, wir werden wahrscheinlich hier landen irgendwo. Ah ja, guck mal. Hier ist was zum Klettern. 100 Pro. Landen. Müssen wir hier rein. Müssen dann nach oben oder so. Dann geht's hier nämlich auf diesem Steg weiter. Willst du auch mal gucken? Ja. Garantiert. Darf es auch mal gucken. So. Okay. Gut. Alter. Jetzt bin ich echt neugierig. Was ist jetzt passiert? Auf die Plätze. Fertig. Los. Kann ich steuern. Kann ich steuern. Ah doch. Oh shit. Okay, vielleicht muss ich um diesen Dinger rum. Probier'n's nochmal. Ja. Also lenken kann ich, indem ich mich von links nach rechts bewege. Haben wir jetzt rausgefunden. Los geht's. Kann ich irgendwie auch nach oben, nach unten? Nein. Nein. Hoch runter bringt nichts. So. Noch mal ein bisschen mehr hier rüber. Vielleicht muss ich doch nicht zu dem Turm. Oh, komm doch mal hier so ein bisschen. Ja, danke, danke. Gerade, gerade. Muss ich nicht zu stark sagen. Ja, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Schon geil. Kurve. Scheiße, was war denn das? Jetzt bin ich aber kurz erschrocken. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Wie übel das ist. Du fliegst und dann passiert so eine Scheiße. Oh Gott. Erstmal landen. Und sich erstmal... Hä? Was? Warum? Nein. Also, ich muss da umfliegen. Oder so. Was sind wir da machen? So. Einfach entspannt erstmal bleiben. Jetzt gehen wir ein bisschen hier rüber. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. freut man gar nicht mit. Nee, 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 nee. Es ist super. Ey, nee, nee. Das ist Prep distinguished. vorsichtig so, bleib mal hier gerade und kore so, jetzt kommen wieder diese blöden Möwen äh Möwen oder Vögel oder was auch immer, aber es sollten Möwen hier sein so, wo kann ich denn hier landen? wohin, wohin? scheiße, ich hab keine Ahnung hier rechts, ne, das kann nicht sein komm, wir gehen mal hier so rüber ähm, reicht das? oh shit, shit ah, okay schwein gehabt ich kann mit dem Seil hochklettern wahrscheinlich ne, ich hab ein Seil ach du Scheiße gut, aber da würde ich sagen machen wir beim nächsten Mal weiter ich sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bis denne tschüss 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 tschüss